Musik Hallo, was sagen Sie dazu? Ja, es war schon schlimmer, ne? Ja, ja. Und sonst noch irgendwelche Statements zum heutigen Tag? Ja, heute, bis auf eben ging es mir sehr gut. Ja, und jetzt kam der Typ mit der Kamera? Ja, der nervt mich auch die ganze Zeit. Hahaha, das ist ein Wahnsinn, Digga. Ja, Murmeln, ne? Ja, Murmeln. Ähm, Devil Marbles hier, ähm, keine Ahnung, irgendwo, irgendwo im Outback. Ich bin mir jetzt angekommen. Mutter filmt, ich film, alle filmen. Ähm, heilige Städte der Aborigines, äh, hier. Ganz viele Fotogeln. Eine riesige Steinkugel. Aufeinander, echt. Echt. Scheiß fliegen. Ähm, sieht echt cool aus. Ähm, heute mal mit ne kurze Folge. Ähm, mit ein paar schönen Eindrücken von hier. Genießt. Wooh! Wooh! Ja, puh, 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 puh. Ja, puh, 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 puh. Ja, puh, puh. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Woohoo! 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 Einen Travel Podcast, bedankt sich mal wieder bei euch fürs Zuschauen, wenn ich die letzten Folgen so gefallen habe wie mir, also mir macht es echt noch wieder mehr Spaß und viel mehr Ideen und vor allen Dingen die Landschaft ist schöner geworden, sagt es weiter, zeigt es allen möglichen eurer Family, euren Freunden, euren Kumpels, in eurer Klasse, wie auch immer, wo auch immer, ich muss jetzt hier kurz runterspringen und mich würde es natürlich echt freuen, hin und wieder noch ein paar mehr Abonnenten zu bekommen. Und wünsche euch noch einen schönen Abend, macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal.